Tag zusammen, hi, hallo und herzlich willkommen bei Pottalanda im Urlaub in Egmont-Ansee, im wunderschönen Seeland in den Niederlanden. So, wir haben heute allerfeinstes Pottalanda-Wanderwetter. Klar, die letzten Tage waren grüllend heiß, 25 Grad, blauer Himmel, die Sonne ballerte vom Himmel, das war allererste Sahne, das war so rappelvoll, wie ich damals immer nur als Kind von Freibildern her kannte, also Strandlife hier pur. Heute ist davon nicht zu sehen, wir haben trotzdem eine milde Brise von vielleicht 20 Grad, es hat die ganze Nacht geregnet, jetzt ist mal eben auch eine kleine Lücke da. Das genießen wir und nutzen die Zeit direkt aus, um nördlich hier in Egmont-Ansee in den Dünen einen kurzen Spaziergang zu machen. Kommt doch einfach mit, auf geht's. Hallo Mensch, du bist ja auch hier, das gibt's doch gar nicht. Ich hab's schon gesagt, genau das richtige Wanderwetter hier für Pottalanda. Guck dir den mal an. Ich bin immer noch ziemlich hell. Das ist super, aber es regnet jetzt nicht mehr, also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr los. Wie die Senioren sagten, es regnet seit heute Nacht 3 Uhr. Habe ich auch schon gerade gesagt, seit 3 Uhr nachts müssen wir raus. Genau unser Wetter. Auf geht's. Welcome to the happy place. Ja, Egmont-Ansee eignet sich, glaube ich, auch ganz besonders gut für kleine oder größere Spaziergänge. Jedenfalls südlich und nördlich ist ein riesiges Dünengebiet. Da gehen wir jetzt rein. Die Anni nimmt mich an der Hand und es geht natürlich nicht ohne Sand. Übungsbombe. Während des Zweiten Weltkriegs wurden in den Niederlanden vier Orte eingerichtet, an denen deutsche Bombenflugzeuge das Abwerfen ihrer Bomben üben konnten. Diese Orte waren Blomendal, Hallum, der Leusterheide und die Landschotzeheide in Nord-Brabant. Von diesen vier Orten ist nur noch der Bombenabwurfort auf der Landschotzeheide erhalten. Gewöhnlich starteten die Bombe mit 50 bis 250 Kilogramm schweren Betonbomben am Luftstützpunkt Eindhoven. Die Betonbomben waren mit Aussparung versehen, in denen sich eine mit einem Holzbrett abgedeckte und dadurch festmontierte Glasampulle mit einem Raucherzeuger befand. Beim Aufschlag der Bombe zerbrach die Glasampulle, so dass eine Rauchwolke erzeugt wurde, damit der Beobachter im Flugzeug sehen konnte, ob ein Treffer gelandet worden war. Und natürlich wenn es regnet geht es dann auch mindestens bergauf oder beides im besten Fall. Und das ganze auch noch in sandiger Dünenlandschaft hatten wir auch noch nicht so. sagt man nicht, dass die Niederlande platt sind und eigentlich unterhalb des Meeresspiegels und so. Also das hat alles abgepumpt, damit es nicht versinkt. Jetzt sind wir hier und kraxeln wieder über Düge. Ja ja, willkommen in das Nordhollands Deunenreservat. Ja, schönen Dank. Wir genießen die Natur. Wege gibt es hier nicht. Der Fahrt ist aber vorhanden. Track haben wir gefunden. Laufen wir mal ein bisschen nach und natürlich regnet es wieder. Also haben wir alles. Ja, also Freunde, der Dünenreservat ist aber wirklich ganz gut und schön. Hinweistafeln haben mich hier mehr versprechen lassen, muss ich ganz klar sagen. So richtig befestigte Wege gewinnen nicht. Ich dachte jetzt eher an so einen Holzbohlenpfad oder so, der uns hier sicher durch die Natur führt. Stattdessen hat man hier mehr oder weniger unmarkierte, ja, ausgetretene Wege oder auch nicht. Ansonsten sieht man nicht so wirklich, wo man lang geht. Das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nicht hier einfach durch dieses Kleinod der Natur hier stapfen. Das mache ich nicht. Also ich habe keine Lust hier einfach so wild durch die Natur querfeld einzulaufen. Deswegen suchen wir uns den Ausweg. Genießen und erfreuen uns hier an diesen Bildern, die wir einfangen konnten. Natürlich regnet es. Das erfrischt natürlich richtig. Die Anni ist platternass. Ich setze ja immer auf den Outdoorschirm. Ansonsten ist das sicherlich noch mal eine ganz andere Facette, die ihr hier in Ermont erleben könnt. Also nicht nur ein Strandspaziergang ist möglich, sondern auch hier in den Dünen zu flanieren. Aber auf befestigten Wegen, vielleicht mal als Verbesserungsvorschlag, kann man das Ganze womöglich auch noch dem Wanderbegeisterten Tourist ein wenig attraktiver machen. So, weiter geht's. Lassen wir uns von dem Wetter hier überhaupt nicht aufhalten. Der neue Leckerlamt hier. Herrlich. Was hat Urban Gardening hier in den Dünen? Wir haben tatsächlich hier noch Hinweisschilder. Wandelnetwerk. Also hier gibt es tatsächlich ein Wegenetz. Und nochmal ein Hinweisschild. De Lantjes van de Wimmelnimmerdäunen. Ja, ihr mögt mich korrigieren. Ich versuche gerade noch ein kleines bisschen die Sprache zu lernen. Aber ja auch jetzt wieder nicht für den dummen Deutschen. Also wenn dann schon auf Niederländisch bitte oder übersetzen lassen von Google. So, da könnt ihr auch nochmal Richtung Bergen am See laufen. Bergen am See, auch nochmal der nächste Küstenort hier. Ungefähr viereinhalb Kilometer den Strand nordwärts. Dann seid ihr von Ehmond in Bergen am See. Ja und natürlich sind Flip-Flops hier nicht das geeignete Schuhwerk zum Wandern. Ich bin nass, oder? Regenrun. So, hier habe ich noch etwas Interessantes gesehen. Ihr könnt eine Dünenkarte kaufen, wenn ihr nicht gerade hier Urlaubsgast bist. Eine Tageskarte. Auch tatsächlich für Reiter. Also offensichtlich kann man ja auch prima zu Pferd auf diesen Wegen. Beispielsweise Richtung Bergen reiten. Also das klingt auf jeden Fall spannend. Für uns hat es jetzt aber nicht mehr drin. Ich glaube wir werden uns jetzt bei der nächsten Imbissbude bei Kibbeling niederlassen. Also, auf geht's. So, was soll ich sagen? Kibbeling schmeckt auch bei typisch niederländischen Wetter. Genau, das machen wir jetzt auch zur Belohnung. Einfach eine Portion mitnehmen aufs Hotelzimmer. Und dann wird erstmal eine laufwarme Dusche. Aber die haben wir ja eigentlich schon. Ich hoffe, da hat euch Spaß gemacht. Mal dann am anderen Wanderspot dabei zu sein. Natürlich wieder mit perfekten Pottananda Wanderwetter. Es hat geregnet. Kleine Bergwertung hatten wir auch. Es ging mitten ins Nirgendwo. Genau richtig für uns. Ansonsten genießen wir noch ein paar wunderschöne erholsame Tage. Morgen soll es wieder besser werden. Hier in Effmont an See in den wunderschönen Niederlanden. Bis dann. Bleibt dran. Vergesst da rausgehen nicht. Euer Schrömmi von Pottananda. Ciao. Bis dann.